Ja, Eilmeldung, müsst ihr unbedingt sofort schauen, dass sozusagen die Sendung Dr. Wolfgang Wodak diskutiert mit Next Scientists for Future Vertreter im Corona-Ausschuss. Wie nie wieder Corona, wie nie wieder Schweinegrippe. Ja, das ist das. Und wo findet ihr das? Ihr findet hier, das ist quasi hier, ihr geht einfach auf, klickt auf News und Talks für Gebildete, wo ihr das auch immer findet. Dann habt ihr, kommt ihr zum Beispiel hier auf die Übersicht und schon in der ersten Playlist, in jeder der Playlists am Anfang ist die Sendung zu sehen. Ja, hier habt ihr das Termin 12 Fehlanreize im System, die Rolle der Medien 2, Corona Stiftung Corona Ausschuss. Der eine von den beiden Corona Ausschüssen, der mit den vier JuristInnen sozusagen. Und zwar ab 1 Stunde 47 Minuten und 22 Sekunden. Eine Stunde 47 Minuten, 22 Sekunden sofort schauen und dann weiterschauen. Ein Meilenstein. Ich gucke gerade mal rein, ich klicke gerade mal drauf hier. Was ist denn? Wie sehen denn die Zahlen aus? Die Sendung hat bis jetzt 44.910 Aufrufe, fast 4.000 Likes, 46 Dislikes, 388 Kommentare, Neueste zuerst. Ja, also, sofort schauen unbedingt, wo ist das? 1 Stunde 47, 22, 17 habe ich hier, 1 Stunde 47. So, da geht es dann also los, denke ich. Ja, ja, hier geht es dann los. 1 Stunde 47, 22 geht es dann los. Ja, unbedingt sofort schauen. Das ist das Wichtigste, was je zum Thema Corona gesagt wurde. Dr. Wolfgang Wodag hat ganz richtig mit den Regionalbudgets etwas angesprochen. Ich muss erst wieder zurück. Ja, das ist also unser Eilmeldungs- und Tagesthema zugleich. Und Kurznachrichten kommen auch gleich noch natürlich. Vielleicht erst mal einer der Kommentare zu dieser Sendung. Also finanzielle Anreize, um Menschen die echte Gesundheit zu erhalten oder sie dorthin zurück zu begleiten, bis zum natürlichen Tod, den man dann auch akzeptiert. Ja, wo man eben nicht dann noch versucht, ein Riesengeschäft aus einer Sterbeverlängerung zu machen. Ja, da schreibt der Kommentator weiter, das ist ein Konzept zu einer richtig guten, natürlichen, neuen Normalität. Wir kümmern uns umeinander und bekommen anständig Geld dafür. Also der Arzt kümmert sich um uns und bekommt anständig Geld dafür, besonders für erfolgreiches Verhandeln. Also wenn er Krankheit verhindert hat, gesundes, längeres Leben ermöglicht hat. Momentan wird allein das Herumversuchen, horrende, bezahlt, nicht der Erfolg. Ja, und das ist genau der Missstand. Momentan wird allein das Herumversuchen, horrende, bezahlt, nicht der Erfolg. Und mehr kann man verkaufen als Arzt, wenn man Gefährlichkeitsüberschätzungen im Kopf hat und sie auch tatsächlich glaubt, also vorteilbringende Irrtümer im Kopf hat. Ja, und der Kommentator schreibt, ja, das ist das beste Argument für diese vorgebrachten Anreize. Und vielen Dank für die Denkanreize. Ja, ich denke, dieser Kommentar sagt schon vieles. Ja, und Dr. Wodak, wo ist es? Wir müssen das wieder einblenden. Sonst erfasst das YouTube nicht als Tagesbild. Ja. Dr. Wodak hat als Argument, als wäre es eventuell etwas anderes, die Formulierung gebracht, dass er sagt, die Regionalbudgets seien vielleicht eventuell ein besseres Modell. Eigentlich, ich habe es nicht ganz verstanden, als ich das Video zum ersten Mal gehört habe, aber er meint damit eigentlich das erste Modell der Next Scientists for Future. Die hatten damals das Modell entwickelt, dass man dem Arzt und dem Psychologen und dem Heilpraktiker und so weiter ein Budget geben kann. Und dann ist er sozusagen ab dem Moment verantwortlich dafür, sozusagen die Gesundheit seiner Kunden, die ihn als Hausarzt oder als Ersatzhausarzt gewählt haben, sozusagen, die bestmöglichst gesundheitsförderlich zu betreuen. Und wenn die Leute dann aufgrund der guten gesundheitsförderlichen und präventiven Betreuung teure Krankenhaushalte, teure Maßnahmen bei anderen Ärzten weder wollen noch brauchen, dann bleibt das Geld ja in seinem Budget drin und das wird dann zu seinem Verdienst. Also je besser er Präventivkrankheit verhindert, desto mehr bleibt dann am Ende übrig und wird an ihn ausgeschüttet als sein Honorar. Und das ist aber im Prinzip genau das gleiche Modell wie mit der Wohlfühlstimme. Da ist grundsätzlich kein Unterschied. Nur, dass Dr. Wodak dann noch irgendwie die Gefahr vermutet hat, es könnte sein, dass die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten einzelner Bürger missbraucht werden könnten von den Krankenkassen, um dann eben teure Kunden sozusagen noch besser vergraulen zu können, um sich diese Kostenfaktoren noch besser vom Halse schaffen zu können. Ja, aber dabei ist eben, also der Arzt hat überhaupt kein Interesse, die Leute rauszukreilen, denn die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten werden immer mit der Erwartungskurve verglichen. Also wenn jemand aus einer chronisch kranken Familie kommt, dann wird also auch, ist der Maßstab eine sehr hohe Erwartungskurve mit sehr hohen Kosten, die erwartet werden. Und wenn dann der Arzt es schafft, dass der Mensch auch nur ein bisschen unter dieser hohen Erwartungskurve bleibt, dann kriegt er daraus schon seine Verdienstzuschläge ermittelt. Also dann ist der Arzt also total interessiert an kranken Menschen, weil er da auch mehr beweisen kann, was er kann. Allerdings die Krankenkasse ist vielleicht nicht so sehr daran interessiert, denn auch wenn der Arzt sehr gut wirkt, bleibt ein chronisch Kranker eventuell vielleicht doch noch teilweise chronisch krank und verursacht weiterhin große Kosten. Und da könnte die Krankenkasse interessiert sein, den rauszukraulen. Das heißt also auch, dass wir in der Krankenkasse auch dafür sorgen müssen, dass dort auch die Fehlanreize korrigiert werden. Und die Next Scientists for Future werden alles tun, um dort neue Anreize zu setzen in den Krankenkassen, dass es nicht mehr zu einer Tendenz kommt, Leute zu verkraulen oder man nimmt ihnen die Daten weg. Also die Daten sollen ja sowieso beim Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden und den Landesämtern, Statistischen Landesämtern unter Datenschutzverschluss stehen und getrennt werden von den Namen und so weiter, sodass dann vielleicht wir sogar so vorgehen können, dass die Krankenkassen die Namen ihrer Mitglieder gar nicht mehr erfährt, die bestimmte Kosten erfahren, sondern die Nummern sozusagen, die Krankenkasse, die Nummern gar nicht mehr einem Mitglied zuordnen kann, sozusagen, und dass nur noch der Bundeswahlleiter, nein, nur noch, dass eigentlich am Ende nur noch die Kriminalpolizei diese Assoziation herstellen kann, weil sie das vielleicht manchmal für strafrechtliche Ermittlungen brauchen könnte. Aber sonst erfährt niemand mehr, wer wer ist, sodass also der Kunde nur noch seinen Beitrag bezahlt und alles, was die Kosten bestimmt oder auch Anträge für bestimmte Leistungen oder sowas, läuft nur noch über eine Nummer, also vollständig anonymisiert über Nummern und mit den Nummern kann die Krankenkasse dann keine Verbindung mehr mit einem bestimmten Namen herstellen und kann deswegen auch gar nicht anfangen, irgendwelche teuren Kunden zu verkraulen. Das geht dann einfach nicht. Und damit hätten wir das Problem gelöst. Warum wir die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten für besser halten als das alte Modell dieser Budgets, also dieser regionalen Budgets oder Hausärzte-Team-Budgets oder Hausarzt-Ersatzpraxen-Team-Budgets und so weiter, finden wir deswegen besser, weil wir damit auch gleichzeitig das Demokratieproblem lösen können, weil dann die Politik ist nämlich durch die Wohlfühlstimme, ich will es jetzt nicht länger erklären, ist hundertprozentig gezwungen dadurch und motiviert, jeden Tag im Dienste der Bürger tätig zu sein. Lobbyismus verschwindet mit Einführung der Wohlfühlstimme sofort von einem Tag auf den anderen, sodass dann der Politiker den ganzen Tag nichts anderes macht, als die besten Experten aus aller Welt zu suchen. Das würde bedeuten, dass er im Falle von Corona dann auch sofort auch die Ausnahmeärzte und Psychologen gehört hätte und die Next Scientists for Future gehört hätte, Bakhti, Wodak gehört hätte und eben sich nicht nur auf den Mainstream verlassen hätte. Diesen Fehler hätte es mit nach Einführung der Wohlfühlstimme ist solch ein Fehler nicht mehr möglich, weil der Politiker genau weiß, irre ich mich da jetzt und das kommt hinterher raus oder so oder es zeigt sich in den Wohlfühlstimmen, dass zum Beispiel die Summe aus Lockdown und all diesen Kollateralschäden größer ist, die Schäden größer sind bei den Wohlfühlstimmen und den Gesundheitsdaten der Bürger, dann kommt das durch die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten ganz klar auf den Tisch und jeder Wähler kann sehen, dass ich mein Bundesland oder meine Kommune in den Abgrund gewirtschaftet habe, sozusagen mit meiner Entscheidung bei Corona. Und dann würde jeder Bürger sozusagen nur noch die Partei wählen, die es richtig gemacht hat. Also stellen wir uns vor, jedes Bundesland, jeder Ministerpräsident, jedes Bundeslandes hätte frei entschieden, sozusagen jede Regierung, jedes Bundeslandes hätte frei entschieden, 16 Bundesländer hätten frei entschieden, wie sie bei Corona vorgehen, ob sie Lockdown machen, wo sie Lockdown machen, was und so weiter, Maske ja oder nein und so weiter. Und dann würden jetzt die Gesundheits- und also die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten und so weiter zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen schlechter ausfallen, sich schlechter entwickelt haben in den letzten Monaten, in den Corona-Monaten zum Beispiel, als in allen anderen Bundesländern. Dann würde natürlich niemand mehr, auch in jedem anderen Bundesland, die Parteien, die an der Regierung Laschet beteiligt sind, würde doch niemand mehr wiederwählen, weil er weiß, die sind schlecht für die Bürger. Und dann würde man sie auch in anderen Bundesländern und Kommunen nicht mehr wiederwählen. Und das wissen dann die Politiker ganz genau und deswegen hätten die alle die Ausnahmewissenschaftler gehört, Wodak, Bhakti, die Next Scientists for Future und dann wäre es nie zu Problemen gekommen. Und wir hätten weder die Schweine-Krippenhysterie bekommen, noch hätten wir das Corona-Ereignis überhaupt bekommen. Ja, so, dann gehe ich mal die Kurznachrichten noch durch. Ja, leider waren ja eben Greta und Luisa und nicht die Next Scientists for Future bei Frau Merkel. Und das ist genau dieser Punkt. Immer die falschen Experten zurate ziehen und nicht die, die von irgendeiner Sache wirklich was verstehen. Eben, ja, die Next Scientists for Future, die könnten auch mal realistische Auskunft zur Klimafrage geben. Und wie man, wenn überhaupt, wirklich klimaneutrales Deutschland erreichen kann, nur bei einem gleichzeitigen Wirtschaftswunder, das ja die Next Scientists for Future können, ja, und niemand sonst kann, ja. Denn wir wollen ja uns nicht wirtschaftlich ruinieren, sondern wir wollen ja nur dann Vorreiter beim Klima machen, wenn wir gleichzeitig der Welt zeigen können, dass wir gleichzeitig das Ganze mit einem Wirtschaftswunder verbinden können. Und dann wollen uns die anderen nachahmen, weil sie das Wirtschaftswunder haben wollen. Aber nicht, wenn wir ihnen vormachen, dass wir Deutschland volkswirtschaftlich ruinieren mit gewagten Manövern beim Klimaschutz. Aber das ist eben typisch, also vor Einführung der Wohlfühlstimme holt sich Merkel als Experten Drosten, Wieler und Lauterbach und ignoriert die Ausnahmeexperten Wodak, Bhakti und Next Scientists for Future. Und Frau Merkel holt sich Greta und Luisa statt der Next Scientists for Future, die als einzige kompetent Auskunft geben könnten. Und nach Einführung der Wohlfühlstimme hätte Frau Merkel sofort gerufen nach Wodak, nach Bhakti und nach den Next Scientists for Future. Und dann hätte es den ganzen Lockdown wahrscheinlich nie gegeben. Ja. Gut, dann haben wir noch eine Kurznachricht. Eine Sendung behauptet, in Schweden seien seit Tagen null Corona-Tote gemeldet. Seit Tagen. Also das heißt, für Schweden ist alles vorbei, weil sie und Weißrussland es genau richtig gemacht haben. Um einfach Corona im Wesentlichen ignorieren, dem Virus volle Ausbreitungswege zu geben, natürliche Resistenzen zu nutzen, natürliche Immunstärken zu nutzen und in der Summe einfach eine kräftige Grippe zuzulassen, anstatt Selbstmord aus Angst vor einem angeblichen Killer-Virus volkswirtschaftlich zu begehen. Und aus Weißrussland berichtet eine Sendung irgendwie, die läuft letztendlich doch darauf hinaus, dass die Demonstranten keine Angst vor Corona bei den Demos haben. Ja. Alles andere ist ihnen wichtiger als Corona. Und das ist in ganz Weißrussland ja die ganze Zeit so gewesen. Und nichts los. Angeblich 600 Corona-Tote. Vielleicht die Statistik ein bisschen nach unten geschönt von Lukaschenko. Aber auf jeden Fall ist es nirgends gelungen, weder in Weißrussland noch in Schweden mal so 100 Zeugen zu finden, die wirklich sagen, ich kann beeilen, dass in meinem Bekanntenkreis dieses Jahr außergewöhnlich häufig gestorben wird. Das konnte in Weißrussland offensichtlich kein Zeuge einem Journalisten bestätigen. Und in Schweden genauso. Nur eine Zeugin konnte das jemals bestätigen. Eine andere zweite Zeugin sagte, hat sich darüber aufgeregt, dass ihr 83-jähriger Vater verstorben sei. Aber das ist nun mal Jammern auf hohem Niveau. 83 Jahre. Das liegt auch über der schwedischen Lebenserwartung. Und von daher ist das dann wirklich Klagen auf höchstem Niveau. Ja, das war es mit der heutigen Eilmeldung. Also sofort, wenn Sie es nicht jetzt schon getan haben, sofort die Sendung schauen. Ja, sofort Corona-Ausschuss Sendung 12 schauen. Das ist das Wichtigste, was es überhaupt jemals zum Corona-Thema gab. Ab 1 Stunde 47 Minuten und 22 Sekunden. Tschüssi, bis bald.